Vielleicht finden wir auch einfach jemanden, der... So, ganz oben! Ich kann nicht! Hoi, hoi! Noch nicht! Excuse you! Wir haben es geschafft! Mann, was für eine Angst ich hatte! Du kannst so gemein sein, das ist echt krass, aber jetzt mal Gedanken lesen. Ja! Gut, dass heute waschtag ist. Ihr solltet noch große Angst haben. Kommt schon, zeigt das Gold, bevor ich euch das antue, was ich mit den Goblins... was ich mit den Goblins gemacht habe. Gott, nein! Alles gut! Ja, natürlich! Aber ich bin trotzdem noch etwas nervös. Nehmt dies bitte, ja? Das ist das Mindeste! Das Mindeste! Ich bin dann weg! Vielen Dank, Drachentöter! Na klar! Warum zeigen die mir das? Also ich mein... Wo ist der Sinn? Na egal! Hui! Oh Gott, das ist ein Strand! Oh, du Feiterwitzel! Noch nicht! Ah! Sehr schön! Das nenne ich Teamarbeit! Auf jeden Fall schon mal ein Zelt! Da ist noch so ein Glubschi! Hallo! Hallo! Noch nicht! Die Kuschis halten nicht so viel aus, wie ich mal dachte. Hä? Hä? Äh... Mh! Ich kann nicht! Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung! bei diesen als vorspringen ist etwas der wasserfall ich spüre etwas in unserer nähe ein mächtiges wesen ein sehr mächtiges wesen bei diesen fels vorspringen ist nicht der richtige ort ich gebe dir gleich erwache mein tierchen ein weiterer gegenstand für meine sammlung ja das war mut falls du dich fragst was das gerade war es war absoluter mut das war echt eine richtig heftige nummer hast du gesehen das war ein einziger schuss ich versuche es trotzdem weiter ich bin da ja schmerzlos sprich immer wieder rückwärts ich will eigentlich nur ausweichen aber okay warten wir einfach kurz bis ich mich wiederholt habe aber hast du gesehen wie ich will erfahrungspunkte wieder von einem kill kriegen das ist ja der hammer ich bin erstaunt dass talana uns nicht voll gejammert hat so von wegen jeder bloß nicht rein hat uns hier quasi da rein gelotst aber was genau ist das denn? gucken wir uns mal die wildkarte an primitive höhle er sehe ich anders das sehe ich anders ja ansonsten eigentlich noch von irgendwas mehr aber wir haben davon immerhin schon mal neun neun aber es wird halt jetzt echt extrem unpraktisch weil wir einfach absolut nicht genug ähm tränke haben und als drache könnte ich mich da einfach rein stellen und feueratmen machen aber nein natürlich nicht neun neun ach ich wollte doch gar nicht raus ihr sportet doch gar nicht raus ich danke dir ich danke dir wir versuchen es weiter ich habe keine angst ich habe keine angst Spatz wogegen kämpfst du da? was ist der Ausgang? was ist der Ausgang? oh mein Gott, was ist das? los ok, lass schon mal ne Weiche die nichts hat ob ich nichts hatte ok Okay. So, irgendwie ist erstmal nach unten, ne? Oh! This was cool, sus. I can't get my clothes. Ay, ay, ay. Ich glaube, die haben hier echt nichts verloren. Ich spreche mal kurz. Ich will nochmal gucken, wie ein Level die haben. Ah! Ich fühl mich gar nicht gut. Das weiß ich. Gepanzerter Drachenkrieger. Aber auf jeden Fall auch Level 23, ne? Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Hey, hab ich ihn fast getötet. Ja, klar laden. Äh, schnelles Speichern. Es könnte was werden, weil es zum Glück nicht so viele sind. Und wenn wir dann unseren Wolfie vorschicken können, könnte es was werden. Ich kann nicht. Ah! Ich wurde vergiftet. Siehste? Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt... Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Weißt du? Ich hab's alleine geschafft. Erwache mein Tierchen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Und dann... Wollen wir mal. Huch! Wann hätte ich denn so verletzt? Ihr seid also immer so in Duos, ja? Ah! Ich wurde vergiftet. Ah! Woh! Ich bin schwer verletzt! Ja, wenn du dich ein wenig hier rüber bewegen wolltest, Schatzel. Ich kann mich gar nicht drehen. Danke dir. Solange die halt immer nur so in Zweierteams auftauchen, geht es ja. Ja. Ich hätte schon gerne Ahnung, wo ich eigentlich bin. Oh super, jetzt... Spatet sich der Weg auf. Also wir können... Okay. Fucking Reichweite ist nicht lang genug. Los! Drei Finan! Drei Finan! Drei Finan! Ich stehe immer so als Schutzschild hier drin, ey. Wir fangen uns, bringen wir tatsächlich nichts. Die Verwerbe wird sehr gut. Gut, diese Zweierteams können wir gut ausschalten. Zwei gegen zwei ist ja auch ausnahmsweise mal fair. Okay. Hühner! Unzählige Hühner! Das ist ein Geschenk! Ja, wenn ich mal treffen würde, ne? Ich könnte es mich ruhig unterstützen, wenn... ...wenn... Ich bin bei einer Tracht danach. Hühnchen zu töten. Der Sieg ist mein! Ja, absolut, ne? Marvelous! Oh oh! Was ist das? Hühnchenrone am Spieß? Das ist wahrscheinlich eine ganz furchtbare Falle. Aber... ... Was soll ich machen? So, das ist schon mein Buch. Ich hatte meine Fertigkeiten hervorragend. Und... ...noch das. Hühnchenrone. Hühnchenrone. Ich meine Hühnchenrone. Was kann ich mit der Hühnchenrone machen? Kann ich das machen, was ich glaube, was ich machen kann? Hühnchenrone. Hühnchenrone. Wahnsinn. Okay. Aber ich hab Hühnchen. Das ist so cool. Ich hoffe. Ich hoffe. Also vielleicht, wenn ich die halt selber nicht beschwören kann, dass die jetzt wenigstens stundenweise oder minutenweise einfach so aufpoppen. Hühnchen. Hühnchen halt, ne? Hühnchen. Sweet. Das war richtig süß. Das ist ein Raum, den hätte ich definitiv genau so designt. Also... Ich meine gut, ich hätte es mit Kaninchen gemacht. Aber da die Hühnchen ja wenigstens was fallen lassen, hätte ich mich auch dazu überreden lassen. Hallo! 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 Excuse me! Hallo! Hallo! Oha! Was war das denn bitte? Was hat der mich denn, wo man hin hat? Der mich denn... Also... Oh, guck mal, der ist ja etwas aufgestanden. Oh, das ist auf der Seite! Oh... Ich muss noch kurz gleich zurück... Ich muss noch kurz gleich zurück... Ich bin zu 100 Kilometer nachgefahren und wegvorwarten. So... Speichern wir mal... Okay... Das ist so gar nicht ne goldene Statue, wenn du mich fragst. Was zur Hölle... Okay, wir nehmen erstmal das uralte Pergament. Und... Das Buch wird auch noch weiter. Ich kann natürlich auch... Ja... Ähm... Oh... ... Achso... Erstmal das natürlich... Wir müssen... Irgendwie... Kann ich nicht genug Ressourcen finden, um das hier durchzuziehen. Ich brauche mehr Hilfe. Dies ist eine faszin... Eines der faszinierendsten Ausgrabungsstätten... Ach... Steppen... Genau... Mit denen ich es je zu tun hatte. Ich werde wohl diesen Schwindler Bellegar um Hilfe bitten müssen. Oh Gott... Nee... Tu das bloß nicht. Und so werden die drei des Hauses Konstantine ihre Schuld gefangen in Stein begleichen. Sie sollen nur jene passieren lassen, die sie mit der Lebenskraft der drei Bäume füttern. Der Herren der Welt, Weisheit und Ernte. Okay, Herren der... Ah... Bringt mir den Damen von Yiparash, dem freundlichsten aller Bäume, und die bekommt meinen Segen, um zu passieren. Wo ist er? In der Nähe der Ruinen von Burg Drachenfels, trotz der Wind und Wetter. Hm... Okay... Bringt mir den Samen von Irminsul, dem weisesten aller Bäume, und ihr bekommt meinen Segen, um zu passieren. Wo ist der? An den Champions müsst ihr vorbei, nicht jedoch am Stamm der Goblins. Mhm... Bringt mir den Samen von Yiparash, dem mächtigsten aller Bäume, und ihr bekommt meinen Segen, um zu passieren. Wo ist er? Umgebend von Wasser steht er ganz allein. Hm... Okay... Und...